So, da sind wir auch schon wieder zurück. Nämlich, wir haben noch eine kleine Geheimaufgabe. Nämlich, hier Phase 3 von 3 gemacht. Wir müssen 3 Missionen abschließen. Für alle, die nicht wissen, was die Missionen sind. Missionen ist immer das hier. Das ist eine Mission, zweite Mission, dritte Mission. Deshalb, Mission steht da, Event ist das Gesamtpaket. So, klettere auf den höchsten Berg, während du das Outfit Bergsteigerin benutzt. Und, so, kurz in den Spind. Ihr seht sie schon, das ist der Skin. Der Skin halt aus dem Battle Pass. So, dann gehen wir, das Ganze können wir eigentlich auch solo machen. Wird eigentlich eine ganz schnelle Geschichte sein. So, dann erstmal danke jetzt nochmal für 642 Abonnenten. Kurzfassung, wenn ihr auch Skins gewinnen wollt, gerne abonnieren. Der Passive-Code da unten läuft halt dann aus, sag ich jetzt mal. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Die alten Hasen und Deutsch wissen das ja. Aber, wir haben uns halt jetzt dazu entschlossen, dass wir halt dann Skins verlosen. Bedeutet, euren Epic-Namen in die Kommentare reinhauen. Dann mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken über Fortnite. Aber, Epic-Name von mir ist Y-T-Family-Hack. Werde ich aber gleich nochmal zeigen nach der Runde. Weil, wir gehen nun kurz zu dem Berg. Und dann gehen wir nochmal kurz ins Menü. So, dann nochmal, wie gesagt, danke an alle, die bis jetzt abonniert haben. Auch die, die fleißig kommentiert haben. Was zur Zeit bei mir abgeht, was Abonnenten betrifft, was Klicks betrifft. Das ist einfach Wahnsinn. So, der höchste Berg ist logischerweise, denkt mal nach, da wo Schnee liegt. Und das ist genau hier, neben der Station. Genau da müssen wir landen, mit hier dem Skin. Und dann schaltet ihr den nächsten Steel-Family frei. So, das werden wir dann jetzt nämlich tun. Und wie gesagt, ich kann immer wieder nur Danke sagen. Aber, ich sage auch direkt mit den Skins, erwartet da erstmal nicht zu viel. Weil, ich habe jetzt schon 50 Euro ausgegeben, nur an Passive-Karten, die an euch rausgegangen sind. Einen Namen habe ich noch 0. Weil, wenn ihr mal oben rechts guckt, Last Donation, da steht noch nichts. Da könnte aber dein Name stehen. Der Donation-Link ist in der Videobeschreibung. Falls einer vielleicht 1 Euro zu viel hat, kann er da gerne mal ein bisschen Unterstützung dalassen. Ist natürlich kein Muss. Ist alles nur Spaß, um Gottes Willen. Aber, wie ihr mich wirklich unterstützen könnt, geht einfach hin und guckt auf jeden Fall meine Livestreams, meine Videos bis zum Ende. Am besten 24 Stunden lang, damit wir halt so schnell wie möglich Partner werden können. Weil, dafür brauchen wir nämlich 1000 Abonnenten. Ich denke mal, das kriegen wir schon mit der Zeit hin. Aber, die Wiedergabezeit, da bin ich glaube ich gerade bei 1400 Stunden. YouTube verlangt aber 4000 Stunden. Heißt, wir haben da noch nicht mal die Hälfte. Also, wenn ihr mich da wirklich unterstützen wollt, gerne die Videos zu Ende gucken. Guckt euch auch alte Livestreams an. Weil, jede Minute unterstützt mich da. Jede Minute, die ihr euer Handy oder Computer anhabt und habt irgendwas von mir laufen, unterstützt mich. So, das ist erstmal dafür. Jetzt seht ihr hier die gelbe Fahne. Das ist nämlich der höchste Punkt, den wir zur Zeit in Fortnite haben. Und, zack, Aufgabe geschafft. Schnell nochmal fürs Zampfmehl. Oh, mehr müsst ihr eigentlich schon nicht mehr hier machen. So, gerade mal gucken, ob wir hier eins nehmen können. So kann man es natürlich auch machen. Ja, geht doch nicht rein, du Feigling. Aber, den versuche ich mir jetzt trotzdem noch zu holen. Auch wenn es wahrscheinlich wieder in die Hose geht. Man kennt es. Kann man eigentlich hier runterrutschen. Falls nicht, habt ihr was zu lachen? Ich weiß es nämlich nicht. Ah, man kann den ganzen Berg runterrutschen. Okay. Achtung, es geht 100 Pro in die Hose. Es geht nicht hinter mir runter. Ich höre schon die Pump. Ich verstehe es nicht. Aber, habt ihr wieder dieses Gezucke gesehen? Das ist echt abnormal. So, wir gehen direkt rein in die Lobby. Kurz den Skin angucken. Hier den Ladebildschirm haben wir jetzt eben auch bekommen. Aber, wie gesagt, so unterstützt ihr mich halt am meisten. Einfach Wiedergabezeit. Guckt das Video bis zum Ende. Selbst die, sage ich jetzt mal 6-7 Minuten, die unterstützen mich schon. Jede Minute zählt da. Und, desto schneller wir natürlich Partner sind, desto schneller kriegt ihr natürlich auch mehr zurück. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Nun, den Rücken? Nee, oder? Haben wir wohl mehr bekommen als den Rücken. Ähm, sie bearbeiten. Da. So sieht die Dame jetzt aus. So, ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, damit helfen. Gern ein Abo da lassen. Ich helfe euch. Ihr helft mir. Und zusammen sind wir was? Ein Team. Nee, Quatsch. Also, in dem Sinne, haut rein, gebt nicht so viel Geld aus und bis dann.